Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salamu ala labina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam atasim kathira Im Namen Allahs des Alabamas ist Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit ist danach dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad, Allahs Diener und sein Gesandter ist Liebe Geschwister Nachdem wir letztes Mal nachdem wir gestern über die zweite Stufe des Iman vollständig gesprochen haben und zwar über den Iman gehen wir heute über, inshaAllah ta'ala zur dritten Stufe, nämlich dem Ihsan und nochmal als kurze Wiederholung wir haben ja gesagt, dass die islamische Religion oder besser gesagt die Religiosität eines einzelnen Menschen besteht aus drei Stufen wie aus dem Hadith von Jibril alayhi wa sallam entnommen und zwar Islam, Iman und Ihsan und wir haben gesprochen wann Islam und Iman das gleiche bedeutet und wann es unterschiedliche oder wann beide Begriffe unterschiedliche Bedeutungen haben und wir sind jetzt über wir sind jetzt beim Thema angelangt an Ihsan ich lese erst einmal den Teil vor den wir heute inshaAllah ta'ala vorhaben durchzugehen und danach gehen wir werden wir erläutern inshaAllah der Autor sagte rahimallah ta'ala die dritte Stufe ist der Ihsan seine Säule ist eine einzige wie im folgenden Hadith dass du Allah so anbetest als wenn du ihn siehst und wenn du ihn auch nicht sehen kannst so sieht er dich der Beweis ist die Aussage ist die folgende Aussage des Erhabenen gewiss Allah ist mit denjenigen die Gottesfürchtige sind und Gutes tun surat al-Nahl surat 16 vers 128 und auch die folgende Aussage des Erhabenen und verlasse dich auf den Allmächtigen und Barmherzigen der dich sieht wenn du aufrecht stehst und deine Stellungswechsel unter denjenigen die sich niederwerfen er ist ja der Allhörende und Allwissende surat al-Shu'ara surat 26 vers 117 bis 220 und ebenso sagt der Erhabener alles geht noch um den Ehsan ähm singen wir es übersetzt und mit keiner Angelegenheit befasst du dich und nichts liest du davon an Koran und keine Tat vollbringt ihr ohne dass wir über euch Zeugen sind und der Beweis aus der Sunnah der bekannte Hadith von Jibril alaihi salatu wassalam der Hadith von Umar der Beriefete von Umar radiallahu ta'ala anhu eines Tages waren wir bei Allahs Propheten sallallahu alaihi wassalam wir saßen bei ihm da erschien ein Mann vor uns mit sehr weißen Gewändern und sehr schwarzem Haar an ihm war keine Spur der Reise zu sehen und von uns kannte ihn keiner schließlich setzte er sich zum Propheten sallallahu alaihi wassalam lehnte seine Knie gegen dessen Knie legte seine Handflächen auf seine Oberschenkel und sagte oh Muhammad unterrichte mich über den Islam da sagte Allahs Gesandter sallallahu alaihi wassalam Islam ist dass du bezeugst dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist dass du das Gebet verrichtest die Zakat entrichtest im Ramadan fastest und zum Hause pilgerst wenn es dir möglich ist er sagte du hast recht und wir waren erstaunt dass er ihn fragte und ihm dann recht gab er sagte erzähle mir vom Iman er sagte du sollst an Allah glauben seine Engel seine Bücher seine Propheten den letzten Tag und die göttliche Bestimmung das Gute und das Schlechte davon er sagte du hast recht er sagte erzähle mir vom Ihsan er sagte es bedeutet dass du Allah so anbetest als würdest du ihn sehen aber auch wenn du ihn nicht sehen kannst so kann er dich sehen er sagte erzähle mir von der Stunde er sagte der Befragte weiß es nicht besser als der Fragende er sagte erzähle mir dann von ihrem Zeichen er sagte die Sklavin wird ihre Herrin zur Welt bringen und du wirst die barfüßigen nackten mittellosen Hirten wetteifernd im Bauhoher Gebäude sehen dann ging er fort und blieb für eine Weile dann sagte er das heißt der Fragende ging fort dann sagte er oh Umar weißt du wer der Fragende war ich sagte Allah und sein Gesandter wissen es am besten er sagte er war Jibril er kam zu euch um euch eure Religion zu lehren das ist der Teil den wir heute vorhaben möge Allah uns die Kraft geben und wenn wir mit dem letzten Hadith gleich beginnen und einen Kommentar dazu sagen so ist dies eine gewaltige Errungenschaft und eine große Sache wie mit der Allah die Freunde des Propheten geährt haben dass sie nicht nur dass sie in der Zeit gelebt haben in der der Prophet gelebt hat nicht nur dass sie dem Propheten gegenüber saßen und von ihm direkt gehört haben und ihn gesehen haben sondern auch noch der Engel Allah kommt zu ihnen in die Sitzung was zweifellos ein Ausdruck der Zufriedenheit Allahs ist mit den Leuten die dort waren und eine Barmherzigkeit Allahs dass sie solche Bekanntschaft machen durften mit einem Propheten und mit einem Engel Allahs möge Allah mit den Freunden des Propheten Sallallahu Alayhi Vassalam zufrieden sein der Autor sagte die dritte Stufe der Ihsan Ihsan kommt vom arabischen Verb Hasuna Hasuna heißt schön werden gut werden Al-Husun ist die Schönheit das Gute und dementsprechend bedeutet Ihsan Gutes tun oder das Wohltun und jeder Mensch weiß dass man kann immer seine Pflichten erfüllen aber man kann auch darüber hinaus noch mehr machen als nur seine Pflichten erfüllen und das soll mit dem Wort Ihsan ausgedrückt werden das heißt es ist eine Stufe über Islam über Iman die Stufe der besonders gläubigen Menschen die mehr tun als nur dass sie den Pflichten dass sie den Sünden aus dem Weg gehen und dass sie ihre Pflichten bei Allah erfüllen Ihsan besteht aus einer einzigen Sache also wir haben diesen Begriff sprachlich erklärt was Ihsan bedeutet und jetzt erklärt uns der Prophet was damit religiös gemeint ist denn es gibt immer wie wir gesagt haben eine sprachliche Bedeutung das ist klar aber sehr oft gibt es auch eine religiöse Definition von dem was wir meinen und der Prophet Sallallahu Alayhi Wasallam sagte dass du Allah so anbetest als würdest du ihn sehen und dann sagte er auch wenn du ihn nicht sehen kannst so wisse dass er dich sehen kann dieser Hadith ist in Sahih Muslim überliefert worden und dieser Hadith sagt natürlich genau das aus was wir brauchen und dafür gibt es auch Beweise für die Aussage des Propheten oder Hinweise aus dem Eden Koran Wir wollen diesen Hadith erst einmal ein bisschen besser verstehen Was bedeutet es Allah so anzubeten als würde man ihn sehen können denn wir können ihn ja nicht sehen aber trotzdem hat der Prophet von Allah von uns verlangt ihn anzubeten als wirken wir ihn sehen also muss es irgendetwas geben was damit gemeint sein kann sonst könnten wir das gar nicht umsetzen versteht ihr weil wir können können nicht sehen in diesem leben kann man nicht erst im nächsten leben aber wenn wir nicht sehen können dann wieso wir den Hadith umsetzen naja der Hadith hat sich selbst erklärt er sagt nämlich am Ende des Hadithes auch wenn du ihn nicht sehen kannst so wisse dass er dich sieht in sofern bedeutet dieser Hadith folgendes es impliziert es beinhaltet eine vollkommen Überzeugung von Allah das heißt du bist vollkommen davon überzeugt dass Allah existiert dass Allah dich sehen kann dass Allah dich beobachtet dass Allah jede einzelne Aussage die du tätigst hören kann das heißt das ist der erste Punkt beinhaltet absolute Überzeugung von den Eigenschaften Allah die damit zusammenhängen zweitens dass man Allah nicht nur einfach anbetet wie viele Menschen es nur machen das heißt diese Bewegungen machen sondern liebe Geschwister dass man Allah mit Sehnsucht anbetet denn wenn du Allah sehen könntest das können wir nicht beschreiben wie das ist wir wissen nur vom Propheten dass das das schönste und höchste Geschenk im Paradies sein wird also das ist eine Sache die ist unvorstellbar denn egal was du dir vorstellst Allah ist nicht so und es ist das Beste im Paradies besser als dass du im Paradies dir wünschst so viel zu essen wie du willst besser als dass du wünschst Schlösser zu haben besser als du wünschst ein König zu sein besser als du wünschst zu fliegen besser als dass du dir wünschst besser als dass du jeden Wunsch den du hast dir in Erfüllung geht besser als all das ist es Allah subhanahu wa ta'ala in sein Gesicht schauen zu dürfen und deswegen geht es hier um Sehnsucht geht es um Wunsch das heißt du betest Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur an aus Angst vor der Strafe und betest ihn nicht nur an aus Hoffnung auf die Belohnung sondern du betest ihn auch an nach aufgrund von Sehnsucht nach ihm weil du sein Wohlgefallen erlangen möchtest weil du möchtest dass er mit dir zufrieden ist anders ausgedrückt du empfindest Freude am Gebet du empfindest Lust am Gebet ihr kennt den Unterschied zwischen einer Person die es eilig hat und die hofft dass der Imam endlich Allahu Akbar sagt und nicht so lange Koran liest und er denkt an was ganz anderes und eine andere Person die sagt ich wünsche der Imam würde noch viel länger lesen in seinem Gebet ich wünsche der Imam würde das Gebet noch viel mehr in die Länge ziehen die zweite Person das ist die Person die mit Lust und Freude betet die ihren Herrn anbetet und wie heißt es natürlich gemeint ist alles was gesetzlich in Ordnung ist also es kann sein eine Person empfindet Freude aus unterschiedlichen Gründen ich meine natürlich religiös begründete Freude wie zum Beispiel er hört die Worte Allah sie haben diesen Einfluss auf ihn dass er sich wünscht weitere Worte Allah zu hören das ist natürlich das was wir in erster Linie meinen weil du kannst ja auch die schöne Stimme kann dir auch gefallen wenn der Imam schöne Stimmen macht aber ob das jetzt genau gemeint ist mit dem was wir meinen ist nicht so was wir hier meinen diese Person die nämlich Allah so anbetet als würde er ihn sehen können warum ist das so eine wertvolle Sache weil jemand der Allah anbetet mit Freude und Lust und und im krachten nach seinem Angesicht sie ist diese Person ist ganz weit entfernt von einer der gefährlichsten und schlimmsten Sünden überhaupt nämlich der Ria der Ria das ist wie gesagt dass man einen Gottesdienst macht um gesehen zu werden das hört man auch aus dem Wort heraus Ria besteht aus der gleichen Wortwurzel wie Ra'ah Ra'ah heißt Sehem und gemeint ist eben mit dem Ria die Augendienerei dass man also betet und etwas macht in seinem Gebet damit andere Leute einen sehen aber jemand der betet aus Freude weil er vor Allah steht der hat Ria überhaupt nichts am Hut dann sagt der Autor möge Allah erstmal uns alle natürlich auf die Stufe des Ihsan erheben aber auch ganz wichtig in dem Zusammenhang gebe ich es damit wir auch keine falsche Vorstellung haben diese drei Stufen Islam Iman und Ihsan es ist nicht so dass der Muslim entweder in der Islam Stufe ist oder in der Iman Stufe ist oder in der Ihsan Stufe ist sondern es kann sein dass du heute im Ihsan bist und gestern warst du im Islam und morgen bist du im Iman und noch genauer es kann auch sein dass dein Duhr Gebet in der ersten Raka'ah warst du auf der Stufe des Ihsan in der zweiten Raka'ah warst du auf der Stufe des Iman und so weiter und so fort das heißt also wir müssen wissen es ist immer wieder eine neue Motivation für uns dass wir versuchen auf die Stufe des Ihsan bei Allah zu kommen nicht dass jemand denkt ich bin auf Ihsan angekommen und jetzt bleibe ich dort für immer nein das ist immer wieder eine neue Herausforderung am Anfang jedes Gottesdienstes musst du versuchen Allahs Wohlgefallen zu erlangen ich denke diese Sache ist insha'Allah klar gehen wir weiter zu der folgenden Ayah er sagt der Beweis für das was wir gerade gesagt haben ist Allah sagte wahrlich Allah ist mit denjenigen die gottesfürchtig sind und Gutes tun natürlich erstmal der sprachliche Zusammenhang bevor wir zum religiösen Zusammenhang kommen der sprachliche Zusammenhang das heißt Muhsinun Muhsinun ist im Arabischen der Plural von Muhsin Muhsin ist der Gutes tun und ihr hört wieder die drei Buchstaben heraus Ha Sin und Nun Muhsin und das gleiche Wortwurzel wie von Ihsan und gleiche Wortwurzel von Hassan und Hussein und das ist im Arabischen wie gesagt damit man ein Wort sehr gut verstehen kann muss man schauen aus welchem Wort ist es abgeleitet was die Wortwurzel und dann schaut man alle Worte an die mit dieser Wortwurzel im Zusammenhang stehen und dann wird einem viel klarer was mit dem einen Wort gemeint ist aber das ist das Sprachliche Samm Muhsinun sagt Allah in dieser Ayah und wir reden vom Ihsan das ist der sprachliche Zusammenhang ok was ist jetzt der religiöse Zusammenhang warum hat der Autor diese Ayah erwähnt was will ich damit zeigen wir sagen Allah sagt ja Allah ist mit Dingen die Gottes fürchtigen das heißt auf Arabisch die Taqwa haben und was heißt Taqwa nochmal Taqwa haben wie gesagt kommt im Arabisch wird Viqayah und Viqayah heißt Vorsichtsmaßnahme das heißt diejenigen die sich vor Allah vorsehen sie haben Furcht vor Allah und sehen sich vor ihm vor ok wenn jemand sich vor Allah vorsieht dann wird er was machen er wird nichts machen was Allahs Zorn erregt das heißt er wird nichts Verbotenes machen und gleichzeitig wird er seine Pflichten erfüllen denn wenn er die Pflichten nicht erfüllt hat er eine Sünde begangen das ist sozusagen der Taqwa Teil dieser Ayah Allah ist haben wir gesagt mit denen die Taqwa haben und die die Ihsan haben also wenn die Leute Taqwa haben dann das heißt er macht schon keine Sünde mehr jetzt gemeint ist das meistens er macht keine Sünde mehr und er erfüllt seine Pflichten also kommt jetzt der Ihsan dazu also muss der Ihsan etwas anderes sein als nur die bloße Pflichterfüllung und die Unterlassung der Sünde und deswegen haben wir gesagt Ihsan bedeutet Wohltun mehr zu tun als von einem nur Verlangt ist deswegen ist die Aja ein Beweis dafür dass es verschiedene Stufen gibt und dass es eine Stufe gibt von Iman und Islam und darüber hinaus gibt es eine Stufe von Ihsan und dann sagt der Autor mit Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein die folgende Aussage Allah und verlasse dich auf den Allmächtigen und Barmherzigen der dich sieht wenn du aufrecht stehst und dein Stellungswechsel unter denjenigen die sich niederwerfen er ist ja der Allhörende und Allwissende Surat wie gesagt was hat die Ayah verstehen Allah sagt subhanahu wa ta'ala Vertraue Tawakkan auf den Allmächtigen und Barmherzigen Wir haben öfter über Tawakkul gesprochen über das Gottvertrauen gesprochen und wir haben gesagt Gottvertrauen jeder weiß was Vertrauen heißt man verlässt sich auf jemanden aber letztendlich was bedeutet das religiös religiös bedeutet letztendlich dass du handelst nach dem Gesetz Allahs denn wenn du nach dem Gesetz Allahs handelst das heißt du gibst Sadaqah du machst deine fünf Gebete und so weiter und so fort weil du verlässt dich darauf du verlässt dich auf Allah dass er dich dafür im Jenseits belohnen wird und du verlässt dich auf Allah dass er dich in diesem Leben aufgrund dieser guten Taten Recht leiten wird den rechten Weg zeigen wird das ist Gottvertrauen letztendlich du handelst nach der Scharia Allahs subhanahu wa ta'ala und dann sagte er erwähnte er zwei seiner Namen subhanahu wa ta'ala und alle seine Namen sind schöne Namen und schönste Namen er sagt Al-Aziz Al-Rahim hier ist Al-Aziz übersetzt dem Allmächtigen bleiben wir bei dem Begriff des Allmächtigen ja gibt es eine bessere gibt es einen besseren Gott gibt es ein besseres Wesen gibt es einen besseren Lebendigen als jemanden auf den man sich verlassen kann als jemand der zu allem imstande ist der Macht hat über alle Dinge deswegen der Begriff hier passt wunderbar zum Gottvertrauen denn wenn ich mich verlassen würde auf jemanden der schwach ist der eben nicht das erfüllen kann worauf ich mich deswegen ich mich auf ihn verlassen will dann habe ich ein Problem und gleichzeitig Subhanallah ist er Al-Rahim der Al-Barmherzige damit du nicht denkst dass er dich im Stich lässt und damit du nicht denkst dass irgendeiner seiner Anordnungen schlecht für dich ist und weil es anstrengend ist es kann sein Allah Subhanallah verlangt von dir etwas was dem äußeren Anschein nach anstrengend ist wie das Fasten zum Beispiel wenn wir schon mittendrin sind standen wir dabei das Fasten kein Mensch bezweifelt dass das eine Form von Anstrengung ist und einer hat Hunger und der andere ist an seinen Kaffee morgens gewöhnt und kriegt seine Kopfschmerzen ok aber guck mal die Barmherzigkeit Allah Subhanallah erstens es ist Barmherzigkeit von den Menschen zu den Menschen du fühlst was andere fühlen du bist eher gewillt anderen Menschen zu helfen du verstehst was das bedeutet wenn jemand sagt er hat Hunger du zeigst deine Barmherzigkeit anderen Menschen das ist die Rahmah von Allah denn alle Barmherzigkeit die wir untereinander teilen ist eine Barmherzigkeit von 100 Barmherzigkeiten Allahs die der Prophet uns mitgeteilt hat Sallallahu Alaihi Wasallam dann guck mal der Allabahmer der Barmherzige wenn du fastest in diesem Leben du wirst im nächsten Leben nicht mehr fast das heißt wer in diesem Leben durstig ist für Allah der wird im Leben nach dem Tod nicht mehr durstig sein nicht mehr denn er wird einmal zu trinken bekommen einen Trinkbecher durch die Hand des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam und dann wird er nie wieder danach durstig sein aber die Sache gilt nur für die Muslime und die sind die die fast deswegen das ist die Barmherzigkeit Allahs man schaut auf das Ergebnis man schaut nicht kurzfristig engstirnig was heute passiert morgen passiert man schaut auf lange Zeit wieso lange Zeit wir schauen sogar auf die Zeit nach dem Tod was passieren wird deswegen der Gläubige wie gesagt schaut nicht nur auf das Ereignis was unmittelbar bevorsteht in dem man sich jetzt gerade befindet jetzt hat er Hunger ja na und aber er hat Hunger damit er später keinen Hunger hat und der ungläubige Mensch er hat jetzt keinen Hunger er ist jetzt satt damit er Gott bewahrt später Hunger hat und Durst hat und er hat Allahus davor bewahren deswegen verlasse dich auf den Allmächtigen und Barmherzigen verlasse dich auf ihn egal was er sagt wenn er dir sagt diese Sache ist Haram diese Arbeit ist Haram verlass sie unterlass sie dieser Vertrag ist in Zinsen ist Haram mach es nicht dann sagst du ja aber dann habe ich keine Wohnung und habe ich kein Haus und habe ich kein Auto und dann denkst du das ist keine Barmherzigkeit und du denkst die Scharia macht es dir anstrengend nein verlasse dich auf den Allmächtigen und Barmherzigen sein Gesetz ist für dich Barmherzigkeit nicht was die Menschen sagen die Menschen was sie sagen ist Qual das hat den äußeren Anschein nach Barmherzigkeit das Ende davon ist eine Qual bei Allah Azza wa Jalla wer es verstanden hat weiß es ist Barmherzigkeit in diesem Leben und Barmherzigkeit im nächsten Leben und verlasse dich auf den Allmächtigen und Barmherzigen der dich sieht wenn du aufrecht stehst und deine Stellungswechsel unter denjenigen die Gebet raus wenn du aufrecht stehst gemeint ist im Salah im Gebet und dein Stellungswechsel unter denjenigen die sich niederwerfen hier können wir auf eine sprachliche Sache hinweisen und zwar heißt es diejenigen die sich niederwerfen wer ist damit gemeint mit denjenigen die sich niederwerfen damit sind diejenigen gemeint die beten weil die Niederwerfung ist der edelste Teil des Gebetes und deswegen gibt es im Arabisch und auch in anderen Sprachen nennt man manchmal eine Sache gemäß dem Teil einer Sache du sagst also die Niederwerfung damit ist gemeint das Gebet deswegen der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam sagte einmal zu einem seiner Gefährten a'inni ala nafsika bikathratis sujood das heißt hilf mir dabei der Sahabi wollte mit dem Propheten Sallallahu alayhi wa sallam im Paradies zusammen sein dann sagte er hilf mir dabei indem du dich häufig niederwerfst ist damit gemeint dass er die ganze Zeit Niederwerfung macht Kopf auf den Boden Kopf auf den Boden Kopf auf den Boden bestimmt nicht sondern gemeint ist das Salah und deswegen auch hier in diesem Fall Allah subhanahu wa ta'ala teilt uns in diese Eier mit dass er diese kleinen Details sieht die unser einer aus einem Kilometer schon nicht mehr erkennen könnte aber Allah hoch erhaben ist er über seinem siebten Himmel über dem Thron er sieht dich oh Prophet wie du stehst und wie du deine Stellung wechselst in Ruku' und wieder hoch und in Sujud und dich hinsetzt all diese Bewegungen sieht er subhanahu wa ta'ala er ist ja der Allhörende und Allwissende also als würde er dir auch sagen ich sehe nicht nur nicht nur dass ich alles sehen kann was du machst in deinem Gebet sondern ich höre sogar deinen Tasbih dein Subhanallah im Sujud dein Subhan Rabbil Adim im Ruku' und so weiter und so fort Subhanallah und deswegen sehen wir und dann sagt er Al-Alim Assamih dass er alles hören kann und Al-Alim also würde er dir sagen das nennt man auf Arabisch Atfu Al-Ami Al-Khas das heißt nachdem er spezielle Beispiele einzelne vereinzelte Beispiele erwähnt hat erwähnt er dir eine Aussage die diese einzelnen Beispiele umfasst und alles andere zusätzlich also würde er sagen Subhanahu wa ta'ala ich höre also ich sehe deine Bewegung ich höre deinen Tasbih und ich weiß alles also nicht nur das aber noch darüber hinaus merkt ihr diese Steigung in diese Ayah aber das ist wie gesagt nur wenn man die Ayah Allah Subhanahu wa ta'ala verinnerlicht sieht man dass jeder Name und jedes Wort hat seine Stelle im Koran Al-Karim und es würde nicht passen wenn diese Stelle anders ausgetauscht würde statt Assamih Al-Alim zum Beispiel Entschuldigung Assamih Al-Alim ausgetauscht durch irgendetwas anderes Darüber hinaus diese Ayah macht also die Gegenwart Allahs uns klar die Gegenwart Allahs damit ist gemeint Afarabj Al-Maiyah das heißt dass Allah mit uns ist und wir von Ahl Sunnah Al-Jama'ah wir glauben dass Allah Subhanahu wa ta'ala über seinen Thron ist und gleichzeitig ist er mit uns weil das Zusammensein bedeutet nicht dass man unbedingt mit einer anderen Person am gleichen Ort ist ich kann mit dir sogar anderen Menschen ich kann mit dir zusammen sein gedanklich ohne dass ich mit dir am gleichen Ort bin wenn das also für Menschen gilt dann gilt das erst recht für Allah Subhanahu wa ta'ala also wenn ich sage das Zusammensein unter den Menschen muss nicht bedeuten dass wir am gleichen Ort sind dann sagen wir auch für Allah Subhanahu wa ta'ala muss nicht unbedingt das bedeuten weil sonst wäre es sonst wäre ja Allah Subhanahu wa ta'ala nicht mehr über seinem Thron Subhanahu wa ta'ala und diese Ayah soll uns diese Ma'iyah dieses Zusammensein verdeutlichen Allah Subhanahu wa ta'ala naam er ist oben aber gleichzeitig denke ich nicht dass er so weit weg ist dass er dich nicht mehr sehen kann und nur weil er Engel eingesetzt hat die aufschreiben was du sagst und was du tust heißt nicht dass er nicht selbst Subhanahu wa ta'ala Zeuge über alle Dinge ist und der Zusammenhang natürlich zwischen dieser Ayah und dem Thema Ihsan ist deutlich in der Hinsicht dass Allah sagt dass er dich sieht O Prophet in deinem Gebet und wie du dich bewegst und wir haben gesagt Ihsan bedeutet ja zu glauben oder zu Allah so anzubeten als würde man ihn sehen und dann sagt der Prophet dir nochmal auch wenn du nicht sehen kannst so sieht er dich also mach dir bewusst dass er dich sehen kann und diese Ayah soll dir das bewusst machen diese Ayah stärkt unser Bewusstsein dass wenn wir beten dass wir beobachtet werden auch die Tatsache dass wir glauben dass Engel bei uns sind und das ist auch die Wahrheit auch wenn wir sie nicht sehen können wir können viele Dinge nicht sehen aber das ist eine Wahrheit und das alles hilft dir dabei dass du dich von Sünden entfernst weil du weißt dass du gesehen wirst nicht nur von 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 den unmittelbaren Geschöpfen um dich herum sondern ganz wichtig von Allah subhanahu wa ta'ala dann sagt der Autor auch die folgende Ayah und die folgende Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala ist ein Beweis Allah sagte und mit keiner Angelegenheit befasst du dich und nichts verließt du davon an Koran und keine Tat vollbringt ihr ohne dass wir über euch Zeugen sind diese Ayah bekräftigt noch einmal das was wir vorhin gesagt haben und drückt es noch ein bisschen stärker aus weil das Wort Shahida Shahida daher kommt daher kommt das Wort Shahida in diese Ayah was mit Zeugen übersetzt worden ist bedeutet das Verb bedeutet Shahida bedeutet bezeugen oder anwesend sein bezeugen und anwesend sein und das ist noch mehr als nur zu jemanden also gesehen zu haben aber wenn ich dir sage ich sehe dich dann kann es sein ich bin weit entfernt von dir aber wenn ich bei einem Ereignis bei einem Ereignis anwesend war dann drückt das eine unmittelbare Nähe aus wird dem auch sein bezeugen tut man nur wenn man sich von einer Sache in der Regel hundertprozentig sicher ist oder zumindest davon überzeugt ist Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt alles weil er alles sieht und alles weiß für diese jetzt sagt der Autor möge Allah ihn belohnen der Beweis aus der Sunna ist der bekannte Hadith von Jibril den Hadith haben wir gerade eben vorgelesen und ich werde ihn jetzt nicht noch einmal wiederholen den langen Hadith wo Jibril den Propheten s.a.w. befragt was ist Islam was ist Iman was ist Ihsan wann ist die Stunde und was sind die Anzeichen der Stunde diese fünf Fragen denn diese Fragen die meisten davon sind der genaue Gegenstand unseres Unterrichtes und die haben wir beantwortet wir haben über den Islam gesprochen dann über Iman gesprochen und heute haben wir über den Ihsan gesprochen und mit dem Tag der Auferstehung und die Anzeichen darüber haben wir haben über den Tag der Auferstehung gesprochen über die Anzeichen haben wir nicht gesprochen das kann man an anderer Stelle inshallah ta'ala machen wir gehen über inshallah ta'ala zu der dritten Grundlage wir gehen zur dritten Grundlage über ich lese kurz den Teil vor den wir inshallah ta'ala uns vornehmen möchten das heißt die dritte Grundlage die Erkenntnis eures Propheten Muhammad s.a.w. sein Name ist Mohammed er lebte 63 Jahre 40 davon vor seiner Prophetie und 23 als Prophet seine Prophetie begann mit Lies und seine Gesandtschaft begann mit Zugedeckter und seine Heimat ist Makkah Allah schickte ihn um vor dem Politeismus zu warnen und schickte ihn um zum Moniteismus zu rufen und der Beweis ist die Aussage des Ahabenen Ya eyyuhal muddathir Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tannun tas takthir wa li rabbika fasbir Uru zugedeckter stehe auf und warne und deinen Herrn den Preiser als den Größten und deine Gewänder die Reiniger und die Unreinheit des Götzendienstes die Meide und halte nicht deinen Dienst vor und halte ihn nicht für zu groß und ertrage standhaft alles für deinen Herrn Surat al-Muddathir 74 1-7 Der Autor erklärt uns gleich die Bedeutung der Ayat und sagt die Bedeutung von steh auf und warne ist vor dem Politeismus zu warnen und zum Moniteismus zu rufen zum Tauhid und deinen Herrn den Preise bedeutet verherrliche ihn mit dem Moniteismus und deine Gewänder die Reiniger bedeutet reinige deine Taten vom Politeismus und auch die Reinheit die Entschuldigung dann heißt es und die Unreinheit die Meide mit Unreinheit ist die sind die Götzen gemeint und Meide bedeutet sie im Stich zu lassen und die Lossagung von ihr und ihren Anhängern 10 Jahre rief er zum Moniteismus auf und nach weiteren 10 Jahren stieg er in den Himmel auf wo ihm die 5 Pflichtgebete angeordnet wurden er betete in Makkah 3 Jahre lang und danach wurde ihm die Auswanderung nach Medina befohlen das ist der Abschnitt den wir uns heute zusätzlich noch hätten wir am Anfang auch vorlesen sollen aber das wollen wir heute auch noch machen es geht jetzt also nachdem wir die Kenntnis über Allah die Kenntnis unserer Religion jetzt geht es um die Kenntnis unseres Propheten Muhammad jeder Muslim soll bestimmte Dinge oder muss bestimmte Dinge über unseren Propheten s.a.w. kennen ich sage extra Vorsicht muss und soll es gibt Dinge die muss man wissen es gibt Dinge die sollte man wissen also als Muslim jemand der den Propheten s.a.w. liebt und sich über ihn auskennen will der muss diese Informationen kennen dazu gehört was bedeutet es also in Muhammad s.a.w. zu kennen wir sagen unter anderem die folgenden fünf Punkte seine Abstammung dann sein Alter als zweites Alter Geburtsort Auswanderungsort diese Sachen dann sein Leben wo er es verbracht hat als dritten Punkt dann wodurch er zum Propheten und zum Gesandten Allahs wurde wenn du glaubst dass er der Gesandte Allahs ist warum und womit wurde er gesandt diese fünf Punkte man kann dir auch anders einstellen das ist kein Problem aber das sind so Dinge die wir jetzt besprechen müssen seine Abstammung der Prophet Muhammad s.a.w. stammt von Ibrahim s.a.w. Ibrahim sein Sohn Ismail ist der wie gesagt Urgroßvater unseres Propheten s.a.w. s.a.w. und zwischen dem Propheten Ismail bzw. Ibrahim sind viele Großväter bis es schließlich zu einer Person gelangt die Quraysh hieß und diese Person Quraysh zwischen ihr und einer weiteren Person gab es weitere Großväter bis es zu einer Person kam die Hashim hieß und Hashim hat einen Sohn gehabt der also hat mehr Sohn gehabt aber einen gehabt der heißt Abdul Muttalib oder Abdul Muttalib der hat einen Sohn gehabt der Abdullah hieß und Abdullah ist der Vater von Muhammad s.a.w. das werden Sie sagen wie immer umgekehrt Muhammad s.a.w. Sohn von Abdullah Sohn von Abdul Muttalib Sohn von Hashim so und das was ist Hashim hat einen ganzen Stamm deswegen sagt man die Banu Hashim die Kinder von Hashim das sind die Hashim sozusagen was man heutzutage sagt und wenn wir weiter nach oben gehen gibt es eine Klaus die ist Quraysh und das ist sozusagen der noch größere Stamm wenn man das in Kreisen ausdrücken möchte das heißt der Stamm der Banu Hashim ist Teil des Stammes der Banu Quraysh und die Qurayshiten sind sozusagen das Volk das in Makkah gelebt hat und dort auch regiert hat und der Prophet Mohammed stammt von diesem Quraysh Stamm ab aber von welchem Teil vom Teil der Banu Hashim die Söhne von Hashim und Hashim ist sozusagen einer seiner Großväter wenn wir sagen Abdullah ist sein Vater dann ist Abdul Muttalib sein Urgroßvater und Hashim eben sein Ur-Ur-Großvater das ist so zu sagen sollte man wissen über die Abstammung unseres Propheten was damit unter anderem ausgesagt werden soll ist dass unser Prophet von bekannter Abstammung ist denn es ist eine Art Erniedrigung für einen Menschen wenn er nicht weiß woher er kommt auch wenn es natürlich bei Allah nicht ihm hilft zu wissen woher er kommt also er muss durch Iman und Rechschaf in der Tat sich beweisen aber für die Dawah des Propheten war das sicherlich hilfreich das heißt erstens wir wissen woher er kommt und zweitens wir wissen dass er von edler Abstammung ist denn wäre er von nicht edler Abstammung hätte ihm das mit Sicherheit geschadet bei der Dawah zum Islam Zweitens haben wir gesagt Alter und Geburtsort der Autor sagt sein Name ist Muhammad natürlich Muhammad ist der bekannteste seiner Namen ansonsten hat Allah ihn im Koran auch Ahmad genannt denn so hat ihn auch Isa angekündigt und auch zu seinen Namen gehört Al-Mahiy und Al-Hashir wie er selbst gesagt hat aber Muhammad ist der bekannteste seiner Namen und kommt von Hamida Hamida heißt Loben oder Preisen und Muhammad reint sich mit Mufa'al und bedeutet immer eine Sache die mit der Sache gemacht wird er wird gelobt ist also wie ein Partizip der Gepriesene der Gelobene das heißt der der gelobt ist und was sein Alter angeht so wissen wir dass er 63 Jahre lang gelebt hat und das zeigt hier zeigt sich dass obwohl er durchschnittlich lang gelebt hat weil er sagte meine Ummah lebt durchschnittlich zwischen 60 und 70 Jahren hat er kein besonders langes Leben gehabt und das zeigt dass ob eine Person besonders lange lebt oder besonders kurz lebt ist kein Zeichen ob aber Allah geliebt ist oder nicht also auch wenn du eines Tages der älteste Mensch auf der Welt dann darfst du nicht denken dass Allah dich deswegen liebt und es zeigt auch dass es geht nicht um die Anzahl Jahre die man verbracht hat in erster Linie sondern es geht in erster Linie um was und wie man diese Jahre ausgenutzt hat und der Beweis ist Nuh der Prophet Nuh hat 950 Jahre unter seinem Volk verweilt aber trotzdem hat der Prophet gesagt ich bin der Führer der Menschheit ich bin der Führer der Kinder Adams und ich sage das nicht aus Überheblichkeit 63 Jahre war er von Anfang an Prophet Allah macht was er will Allah hat seinen Propheten Jesus eingegeben als er noch in der Wiege war als ein Baby er hat die Eingebung erst bekommen als er 40 Jahre alt war insofern lebte er 40 Jahre als ein in Anführungsstrichen gewöhnlicher Mensch und 23 Jahre lang als ein Nabi Nabi wir haben über den Begriff Nabi schon lange öfter gesprochen und gesagt natürlich manchmal man benutzt den Begriff Prophet aber wir sollten wissen dass das arabische Fachwort im Islam bedeutet Nabi das ist jemand der Wahi von Allah subhanahu bekommt wenn wir sagen der Prophet hat 40 Jahre lang war kein Prophet und nach 23 Jahren war ein Prophet ein Nabi was war er denn 40 Jahre lang wir sagen wie Allah subhanahu Ta'ala im Koran gesagt hat und fügen der Sache nichts hinzu und auch nichts weg das heißt Allah sagt im Koran in Surat Ad-Duha sagt Allah subhanahu ta'ala und er hat dich Allah hat dich als einen Entweder mit Irrgehenden das heißt jemand Irrgegangenen das heißt jemand der nicht den Weg kennt vorgefunden und dann hat er dich recht geleitet und das ist die Wahrheit warum wusste er nicht den Weg weil er den Islam nicht kannte das heißt den Islam als Religion die Offenbarung die Allah subhanahu ta'ala ihm gegeben hat die kannte er nicht er wusste nicht wie er Allah anbeten soll deswegen war er auf dem Irrweg und wenn Allah ihn nicht gerettet hätte dann wäre er geendet wie viele andere Menschen Allah subhanahu ta'ala hat ihm durch den Wahi beigebracht wer Allah wirklich ist das heißt Allah hat ihm beigebracht seine Eigenschaften seinen Namen Allah hat ihm beigebracht woran er zu glauben hat Allah hat ihm beigebracht was am Tag der Auferschöhnung geschehen wird wie er sich in diesem Leben zu verhalten hat und so weiter und so fort deswegen Allah sagte nicht sondern er sagte er hat nicht gesagt er hat dich als Ungläubigen vorgefunden sondern er hat dich als Irre gegangen vorgefunden und daraufhin dann hat er ihn rechtgeleitet subhanahu wa ta'ala und deswegen wir glauben dass unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auch vor seiner Berufung zum Nabi kein Kafir war sondern er war im Gegenteil ein Mouahid Mouahid bedeutet auf den Raben jemand der den Tauhid umsetzt und damit ist damals nicht viel gemeint außer dass er niemals sallallahu alaihi wa sallam sich für einen Götzen niedergeworfen hat er hat niemals zu einem falschen Gott gebetet denn sie kannten Allah als den höchsten Herrn und für seine Füttere war es schon klar wenn es wenn es einen höchsten Herrn gibt dann reicht es wenn ich zu ihm alleine bete und so hat der Prophet immer nur zu Allah gebetet und er hat keinen für niemanden außer Allah geopfert er hat niemals geschworen bei einem anderen außer Allah und so weiter alles was schirk ist hat er nie begangen ein Mewahid und natürlich auch wie die Gelehrten sagen gab es damals Überbleibsel der Religion Abrahams der Scharia von Ibrahim denn zur Scharia von Ibrahim gehörte das Heiraten und unser Prophet hat auch geheiratet das heißt auch für die damaligen Menschen war Sinah etwas Haram und etwas Verächtliches Genauso gab es zur Zeit des Propheten Scheidung auch gerade zur Scharia Genauso gab es zur Zeit des Propheten die Hajj Es ist auch beliefert dass der Prophet Hajj gemacht hat bevor der Wahid zu ihm kam Insofern wissen wir dass er ein Mewahid war und niemals ein Muschrik gewesen ist 40 Jahre vor seiner Prophetie und dann 23 Jahre nach seiner war er dann Prophet das heißt Nabi oder auch Rasul denn wir wissen unser Prophet war nicht nur Nabi sondern auch ein Rasul Ok womit begann seine Prophetie der Prophet auf Arabisch heißt Nubuwah Nubuwah womit begann es mit dem Wort Iqra denn das ist das erste Wort was er bekommen hat das ist das erste Wort das er vom Al-Wahid bekommen hat also ist er durch dieses Wort zu einem Nabi geworden aus Surat Al-Alaq Surat Nummer 96 Iqra das heißt damit begann in dem Moment wusste er das ein oder in dem Moment wurde er zu einem Nabi seine Gesandtschaft das heißt seine Risale das heißt dass er Rasul ist nicht nur Nabi ist und wenn Rasul ist begann mit dem Wort Ja Ayyuhal Muddathir Olu Zugedeckter Kum Faanzir Steh auf und warn Steh auf und warn und hier an dieser Stelle verstehen wir warum manche Gelehrte möge Allah subhanahu und Ihnen allen barmherzig sein der Meinung sind dass der Unterschied zwischen einem Nabi und einem Rasul derjenige ist dass dem Nabi Wahi eingegeben wird aber er ist nicht damit beauftragt worden diesen Wahi anderen Menschen zu verkünden und der Rasul ist derjenige dem Wahi gegeben worden ist der aber aufgetragen worden ist diesen Wahi zu verkünden denn er wurde durch Iqra zu einem Nabi und sich zu einem Rasul das ist vielleicht sogar die Ansicht der meisten Gelehrten muss aber nicht unbedingt ein Widerspruch sein zu dem was wir gesagt haben dann heißt es weiter seine Heimat ist Makkah Makkah ist die Hauptstadt der allen muslimischen Länder Makkah ist die Stadt im Westen des Hijaz der westliche Teil der arabischen Halbinsel und die Stadt Makkah wird im Koran Karim in zwei Stellen erwähnt die Stadt Makkah wird auch Bakkah genannt kommt im Koran einmal als Makkah vor einmal als Bakkah mit B beides sind Namen für die gleiche Stadt und der Prophet ist dort geboren und dort aufgewachsen und das ist zweifellos und das auch dem Ansicht der Gelehrten die beste Stadt auf der gesamten Welt die edelste und beste Stadt war Allah außer einer Ansicht von Imam Malik dass die Stadt Medina wertvoller ist als die Stadt Makkah Allah schickte ihn um vor dem Politeismus zu warnen das ist die eine der Fragen die die wissen was ist seine Botschaft seine Botschaft ist Vorsicht vor dem Schirk und widmet euch dem Tauhid Allah schickte ihn um vor dem Politeismus zu warnen und schickte ihn um zum Moniteismus und zum Tauhid aufzurufen das ist die zentrale Botschaft und alles was wir im Islam hören alles und wirklich alles ist abgeleitet von La Ilaha Ilaha denn egal was du machst und du berufst dich auf den Islam dann berufst du dich auf das was Allah subhanahu wa ta'ala der ein und einzige Gott angeordnet hat und wenn es nur darum geht dass du deinen Nachbarn gut behandelst so machst du das damit Allah mit dir zufrieden ist das heißt alles dreht sich um La Ilaha Ilallah und der Beweis sagt er ist die folgende Aussage des Sahabens subhanahu wa ta'ala und dann sagt er die Ayat aus Surat Al-Muddathir die wir bereits erwähnt haben Ya Ayywa Al-Muddathir Kumpfa Ander Udhu zugedeckt das stehe auf und warnen und so weiter jetzt erklärt er was heißt zu warnen die Ayat ist allgemein aber warum dürfen wir nicht die Ayat interpretieren gemäß einem Teil der Bedeutung dürfen wir das heißt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat er nur gewarnt vor dem Schirk sicherlich hat er auch gewarnt vor Riba vor Sina vor vielen Sachen aber ich darf eine Interpretation ein Beispiel rausnehmen und die Ayat demgemäß interpretieren und das bedeutet nicht dass ich alle anderen Bedeutungen ausschließe diese Regel haben wir öfter erwähnt und das wichtigste oder die gefährlichste Sache vor der er gewarnt hat war der Schirk und deswegen sagt der Autor steh auf und warne bedeutet vor dem Politeismus zu warnen vor dem Schirk zu warnen wir haben ja darüber gesprochen dass die Begriffe Schirk und Politeismus das Politeismus kann man sagen ist ein Teil des Schirk besser ist immer den Begriff den arabischen Begriff zu verwenden denn wir verstehen im Islam unter Schirk mehr als nur die Vielgötterei Politeismus deswegen immer besser wenn wir den Begriff Schirk verwendet die Bedeutung von steh auf und warne ist vor dem Politeismus zu warnen und zum Politeismus zu rufen zum Tawhid auch hier besser den Begriff Tawhid verwendet weil der Tawhid impliziert drei Aspekte wie wir gesagt haben und Politeismus impliziert nur einen Aspekt nämlich die Urhiyah und deinen Herrn den Preise warabbaka fakabbir sagt er das bedeutet verheil ich ihn mit dem Tawhid zweifellos die beste Art die du Allah azzajallu preist indem du ihn anbetest indem du zu ihm alleine Dua machst indem du nur für ihn alleine opferst so weiter und so fort und deine Gewänder die reinige in erster Linie wieder auch vor dem Schirk reinige sie vor reinige deine er sagt bedeutet reinige deine Taten vor dem Politeismus denn man sagt auch im übertragenen Sinne dass man eine saubere Weste behalten möchte dadurch dass man keine schlechten Sachen macht keine Unsittlichkeiten begeht und was gibt es Schlimmeres als Schirk dadurch macht man sich seine Weste dreckig aber natürlich auch im wortwörtlichen Sinne sind wir angeordnet wie wir uns zum Gebet aufstellen unsere Gewänder reinzuhalten also unsere Kleider müssen Tahir sein sauber sein damit wir beten dürfen also Tahir im islamischen Sinne oder rein im islamischen Sinne und die Unreinheit die Meide damit ist in erster Linie die Unreinheit das Schirk gemeint denn Unreinheit gibt es im übertragenen Sinne und Unreinheit gibt es im wirklichen Sinne das heißt metaphorisch und wirklich und beide Arten von Unreinheit sollen wir meiden denn wenn wir gesagt wenn eine Eier sich interpretieren lässt gemäß zwei Bedeutungen und beide schließen sich nicht gegenseitig aus dann nehmen wir beide Bedeutungen die wirkliche Bedeutung von Unreinheit wie Najasa zweifellos die Muhammammai damit man beten darf wenn man unrein ist man macht sich sauber aber auch die Unreinheit im übertragenen im metaphorischen Sinne und zwar die Unreinheit des Götzendienstes und daraufhin weist der Koran hin Allah sagt subhanahu wa ta'ala innama al-mushrikuna Najas die Götzendiener sind Najas das heißt sie sind Unreinheit sie sind unrein und das ist hier gemäß der meisten Gelehrten gemeint die Unreinheit im übertragenen Sinne das heißt wie eine Person die kein Wudu hat sie hat keine Unreinheit die man sehen kann aber sie hat eine Unreinheit gesetzlich gesehen das ist was wir meinen mit Unreinheit im übertragenen Sinne und dann sagt er das heißt die Unreinheit die Maide Maide bedeutet sie im Stich zu lassen das heißt sie aus dem Weg zu gehen sich von ihr los zu sagen denn die Lossagung liebe Geschwister ist eine zweite Sache also es kann sein eine Person sie macht keinen Schirk aber sie sagt sich davon nicht los dann gehört sie immer noch zu dem Schirk gegen Gott bewahr denn stell dir vor eine Person sagt ich begehe keinen Schirk aber das ist in Ordnung dann hat sie sich davon nicht losgesagt eine Person sagt ich begehe keinen Schirk aber das ist auch eine Art und Weise wie man sich seinem Herrn nähern kann wie die Christen die Juden machen dann diese Person hat sich nicht vom Schirk losgesagt deswegen nicht nur muss man es vermeiden unterlassen sondern man muss auch sich davon distanzieren sich davon los sagen und auch von seinen Anhängern der Gläubige hat Loyalität gemäß zu Allah und zu den gläubigen Menschen und liebt Allah und seinen Gesandten und die gläubigen Menschen dann sagt der Autor 10 Jahre rief er zum Monotheismus und danach weitere 10 Entschuldigung 10 Jahre rief er zum Monotheismus auf und nach weiteren 10 Jahren stieg er in den Himmel auf das hört sich ein bisschen missverständlich an das muss eigentlich heißen 10 Jahre rief er zum Monotheismus auf und dann stieg er zum Himmel auf weil der Prophet wenn du sagst 10 und 10 das wird sich ja anhören als wäre er in der medienländischen Periode aufgestiegen aber er ist ja vor der Auswanderung aufgestiegen da ich einiges sagen wollte zu dieser zur Himmelsfahrt des Propheten Verschieben wir die Worte darüber auf die folgende Sitzung inshaAllah und machen an dieser Stelle Stopp Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit und ich bin und ich bin für eure Nabi Mohammed und ich bin und ich bin und ich bin und ich bin kathirah